Ich bin Kundin der PSD Bank seit Juni 2015 und zwar hat mein Schwager mich darauf aufmerksam gemacht, dass er da schon länger bei der Bank ist und ich hatte die Not eine Anschlussfinanzierung zu tätigen. Ich war ganz lange bei einer anderen Bank und habe da immer wechselnde Ansprechpartner auch gehabt und irgendwie hat mir da der Bezug gefehlt und die Finanzierung ist wie gesagt ausgelaufen und dann war für mich die Offenheit gegeben, einfach zu einer anderen Bank zu wechseln und zu gucken, wie da die Konditionen sind und die waren bei der PSD Bank eindeutig besser und dann ist es mir auch nicht schwer gefallen. Die PSD Bank ist für mich die Baufinanzierungsbank, weil es jetzt meine Baufinanzierungsbank ist und ich sie auch guten Gewissens weiterempfehlen könnte. Mein Schwager, der schon mehr in der Materie, sage ich mal, unterwegs war, hat mir die Bank und den Berater empfohlen und war dann auch bei dem Gespräch dabei und das hat mich also sehr schnell, auch aufgrund anderer Erfahrungen, die ich ja schon gemacht hatte, mich ja im Vorfeld schon schlau gemacht, überzeugt und ich habe einfach ein gutes Gefühl, eine kompetente Beratung und weiß, meine Fragen werden da beantwortet. Ich fühle mich da in guten Händen.